Eeeh, Servus Menschen, es ist euer Robbys zu einem erneuten Mapguide, ja ein erneuter Mapguide heute mal wieder, ist schon eine längere Zeit nicht gekommen und zwar fehlen uns noch mit dieser Map 4 Mapguides sozusagen von den Standardmaps und ich möchte gerne auch noch die DLC Maps, die anderen 4 machen plus noch Nuketern also insgesamt haben wir noch 9 Maps die wir machen müssen und mir macht es echt Spaß Mapguides zu machen, ob ihr das sehen wollt ist eine andere Frage und deshalb würde es mich freuen, wenn ihr hier jetzt mal in diesem Video schreibt, ob ihr die anderen Maps auch sehen wollt und die Waffenguides auch, die kommen natürlich auch, aber das ist ein anderes Thema, auf jeden Fall werde ich sie anhand der Bewertungen und so weiter sehen, ob euch die Mapguides auch weiterhin gefallen und ja, heute haben wir die Map, wie ihr es wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen habt, Infection, eine richtig interessante Map, aber bevor wir zur Map kommen, ähm, sage ich euch kurz, was wir heute so beim Mapguide alles besprechen werden, was ich euch hier heute zeige und zwar bei der Mapguide werde ich euch zuerst mal so die Laufwege zeigen, wie man auf der Map spielen soll, wie man reagieren soll auf dieser Map, was man tun sollte im Generellen auf dieser Map, dann werde ich euch natürlich, was in Black Ops 3 auch relevant ist, die Wall Run Spots zeigen, welche Wall Run Spots sollte man nützen, welche gibt es und so weiter und das Ganze zählt auch sozusagen zu einem Review, ein Map Review, da ich euch jetzt gerade im Hintergrund auch die Map zeige und gleich erklären werde, was die Map spielt, so zu sagen und natürlich das Wichtigste eines Mapguides meiner Meinung nach, die Spots, um die Gegner zu holen, so richtig Härtlich Spots und so einfach Secret Spots, die einem im Spiel wirklich weiterhelfen und ja, ähm, zuerst, was ist Infection überhaupt, was stellt die Map da und zwar stellt das eine verzerrte Simulation einer historischen Schlacht des Zweiten Weltkriegs in einem malerischen französischen Dorf da, also einfach sozusagen eine Ausbildungsimulation für die Soldaten aus Black Ops 3, die ein bisschen schief gelaufen ist und ihr werdet auch sehen, wortwörtlich ist die schief gelaufen und zwar ist auf der Map so eine riesige Wand mit ein paar Häusern, ihr kennt das sicher, die die Black Ops 3 spielen, die Map ist glaube ich schon bekannt und ich würde jetzt einfach sagen, wir starten jetzt in das Spiel rein und sehen uns dann gleich wieder und hier sind wir auf dieser Map, ihr seht, die Map ist krass vom Design her, also vom Design her muss man da glaube ich nicht allzu viel sagen und die meisten kennen ja Black Ops 3 und natürlich die Map hier ist diese Wand, die einfach unglaublich ist, mir gefällt wirklich diese Map vom Design her, von der Idee her am besten, das muss ich sagen, ist meine Favorit-Map und wir kommen schon mal gleich hier zu diesem Spawn, auf jeden Fall da ist die Kirche, die kennt man auf jeden Fall, werde ich euch da noch später zeigen, den Spot da oben, den kennt sicher jeder, das zeige ich euch gleich am Anfang, diesen Camper-Spot, wenn einer in dieser Kirche hier oben campt sozusagen, ich werde euch einfach zeigen, wie man diesen einfach ganz normal eliminieren, was heißt ganz normal, wie man diesen eliminieren kann, ohne überhaupt hier diese Treppe rauf zu kommen oder überhaupt irgendwo zu stehen, das zeige ich euch aber gleich, zuerst kommen wir mal zu diesem Spawn, hier ist eine Flagge, A oder C, ich weiß es nicht, ich glaube das ist die A-Flagge, ist ja egal und hier sehen wir den ersten Spot, hier kann man so jumpen einfach, damit man die Gegner ortet, ist das nicht allzu besonders, kommen wir zum ersten Wallrun auf dieser Map und zwar haben wir hier dieses Haus und diesen Wallrun zu machen ist echt nicht schwer, ihr seht hier, dann sind wir hier, aber von der Seite aus bringt uns das Ganze nichts, fast nichts eher bringt uns das Ganze, wenn wir hier die Gegner spawn trappen wollen, was hier kann man natürlich auch im Hackledge gehen, aber das Ganze wird schon erwartet, dass man hier im Hackledge geht und wie es bei allen Mapguides ist, man muss das tun, womit der Gegner nicht rechnet und das ist einfach hier in Spawn reinzugehen, über diesen wirklich nicen Wallrun wenn da links einer steht, kann man noch diesen Move hier machen und dann so ihn wegholen oder man stellt sich so hinter diesen Baum und holt ihn dann so weg das Ganze kann man auch gegen diesen Typ da machen, der hinter diesem Panzer im Hackledge steht, das zeige ich euch jetzt auch noch hier dazu wenn einer hier in diesem Hackledge steht, was eigentlich auch ziemlich gut ist hier, wenn die Gegner von da kommen dann könnt ihr ihn so überraschen von dort aus, der wird da nicht so schnell achten, wie hier rechts und so weiter also auf jeden Fall cooler Spot hier der nächste Spot ist, was ihr gegen diesen Typ da hinter diesen Stein machen könnt oder wenn die Gegner da hier kommen hier einfach drauf stehen und dann seid ihr hier auch eigentlich ein kleiner Spot, aber ein feiner Spot so gehen wir weiter und zwar, ja hier gibt es nicht allzu Besonderes und jetzt kommen wir wirklich zu einer nervigen Sache und zwar sind das die Camper da oben im anderen Fenster dazu komme ich dann später noch, ihr seht auf jeden Fall die Fenster, da kann man drauf für die Leute, die es nicht gewusst haben und ihr kennt ja die Camper, die da oben campen, snipen, keine Ahnung und es ist wirklich sehr, sehr guter Hackledge da aber ich zeige euch einen, der besser ist die Gegner rechnen damit, dass hier hinter diesem Panzer einer steht aber ich zeige euch einen Spot, wie ihr die Gegner viel, viel besser holen könnt und zwar ist das Ganze hier und zwar so und dann sehen wir schon ins Fenster rein in das zweite so, nicht so gut, man kann hier ein bisschen rechts gehen dann sieht man es schon ein bisschen besser aber vor allem dieses Fenster ist dann einfach einfach zu holen und hier sieht man auf jeden Fall dann auch den Kopf, wenn jetzt ein Gegner dort stehen würde und man selber wird überhaupt nicht gesehen, das zeige ich euch dann nachher übrigens wenn man da oben ist, kann man auch die Gegner, die da rechts kommen dann sehen, ob da einer kommt oder man geht hier rechts und schaut hier durch und probiert ihn so zu holen ein paar Kugeln gehen da verloren aber ist auf jeden Fall ein nicer Spot was haben wir hier am Spawn, ist auch interessant eigentlich hier kann man diesen Hackledge nicht, falls ein Gegner von da kommt aber ansonsten haben wir nicht allzu viel die Kirche wie schon gesagt, aber da achten die Gegner, dass da einer ist auf jeden Fall, da schaut jeder rauf da schaut einfach jeder rauf und deshalb ist dieser Kirchen-Spot hier nicht gut und ich zeige euch, falls einer da campt, wirklich der Obercamper ist und jeden holt, dann zeige ich euch, wie ihr ihn holen könnt und er sich nur fragt Digga, was ist jetzt los? und zwar ist das Ganze ganz einfach ihr stellt euch hier in dieses Eck rein und ich zeige euch das Ganze am besten mit der Sniper hier und zwar müsst ihr dann, egal mit was für einer Waffe hier auf diesen Spot ungefähr schießen wenn ihr dann hier schießt dann tötet ihr genau den Gegner, der am Fenster steht ich kann es euch jetzt alleine nicht zeigen aber ihr könnt es auf jeden Fall mal ausprobieren mit einem MP wird es schwierig, genau den Punkt zu treffen aber das ist auf jeden Fall ein guter Wallbang weil das eigentlich nur so ein Glas ist und von der anderen Seite geht das Ganze genauso das zeige ich euch jetzt gehen wir schnell rüber hier einfach rauf der Spot ist zwar nicht so gut weil man hier einfach so dasteht aber man kann den Gegner ebenfalls holen indem man hier auf dieses rechte Steuerkreuz schießt und dann bekommt man so den Gegner auch ihr seht hier, da ist dieses Glas und wenn wir uns genau so darstellen dann kommt hier genau der Schuss so daher weil wir genau so stehen wenn wir jetzt hier von dieser Seite aus schießen würden stehe ich überhaupt beim Fenster, ja? dann würden wir den da, was da oben steht also bekommen und hier, wenn wir da schießen würden wir den einen im Eck bekommen aber das weiß ja keiner erst wenn er sich diesen Mapguide angeschaut hat wir gehen weiter und zwar ein nützlicher Tipp hier ist diese Wand und zwar falls ihr schnell aus dem Spawn wollt einfach hier Wallrunnen das geht auch ziemlich gut und dann könnt ihr hier noch Sliden und dann seid ihr auch schon schnell hinter diesem Panzer den ich euch nicht empfehlen würde ja, gehen wir weiter auf der nächsten Seite da haben wir auch noch interessante Spots und zwar ist dieser Spawn auf jeden Fall viel viel interessanter als der andere Spawn deshalb werden wir uns hier die meiste Zeit aufhalten und zwar kennt ihr sicher diesen Spot man kann da in Hacklish gehen aber damit rechnet ebenfalls der Gegner und zwar kann man da zwei Sachen tun und zwar einmal hier hin stehen man wird jetzt sagen Digga, dieser Spot ist gar nicht mal so gut aber wenn wir jetzt dort drüben stehen dann ist dieser Spot übelst gut weil da der Gegner eher da achtet und das wirklich wenn ich jetzt einen Teammate hätte der da steht da achtet man fast nicht und die zweite Möglichkeit die man da hat ist man liegt sich hier hin vor allem mit dem Suchen und Zerstören ist das übelst um den Gegner zu orten und dann sieht man ob da jemand kommt jetzt zum Töten vielleicht mit der Sniper gut ja aber um jemanden zu orten ist der Spot perfekt wenn man da liegt Fenster würde ich euch nicht empfehlen habt ihr jetzt nichts besonderes hier und dann habt ihr schon gesehen hier würde ich sagen das ist der einzigste sozusagen Hauptwallrun nach dem Haus den ich euch gleich am Anfang gezeigt habe das ist hier der Hauptwallrun das kann man so sagen kann man in diesen Gang hier wallrunnen ganz wie so jump ich hier ihr seht hier kann man ganz hier wallrunnen und dann oh das ist der größte Fehler aller Zeiten gewesen ich zeige es euch nochmal einfach meinen Fehlergrad richtiger Anfängerfehler so hier dieser Wallrun richtig perfekt zu machen hier müsst ihr kurz jumpen dann könnt ihr hier weiter wallrunnen und dann zur anderen Seite hin jumpen und dann seid ihr auch schon hier also um schnell zum Gegnerspawn zu gelangen könnt ihr auf jeden Fall gut diese Seite nützen die andere Seite seid ihr ja langsam unterwegs und ich zeige euch noch hier einen Spot der unterschätzt wird und zwar ist das hier diese Mauer und zwar kann man da erstens gut in dieses Haus reinschauen ihr kennt die allberüchtigten Stiegencamper die Stiege hier diese zwei Treppen oder dieser Eingang zum Hotel der Will ist auf jeden Fall OP das kann man sagen und so kann man dann diesen Typ da hinten holen und man kann auch hier gut den Gegner orten wenn man da so steht und wenn man da raufjumpt dann kann man sogar in das andere Haus drüben reinschauen also die Mauer kann man auf jeden Fall auch gut nützen und wenn man hier auch steht kann man auch irgendwie gut hat man auch irgendwie gut Deckung Leute und dann ja ist einfach gute Deckung habe ich euch kurz gezeigt weiter geht es hier zu diesem mit keine Ahnung da ist auf jeden Fall die B-Flagge wie soll ich das nennen Monument keine Ahnung auf jeden Fall ist da die B-Flagge in Herrschaft und die könnt ihr gut einnehmen wenn ihr so da liegt und wirklich da bekommt euch keiner aus diesem Fenster da müsst ihr nur da schauen und vielleicht hinter euch wenn da ein Teammate ist dann passt das Ganze was aber noch besser ist wenn man sich da reinlegt und so die Flagge sichert weil man da noch zusätzlich durch diese Mauern hier geschützt ist und der Gegner sieht euch nicht das Ganze geht natürlich auch auf der anderen Seite ich kann es euch jetzt nicht zeigen weil ich nicht Herrschaft eingestellt habe aber so ist es möglich die Flagge zu sichern und hier kommen wir dann zur Treppe die Treppe auch sehr sehr interessant und zwar um den Kirchencamper ebenfalls zu holen und wenn man hier genauso steht dann kann man ihn so holen auf jeden Fall richtig nice und selber wenn er drin steht sieht man das wirklich gar nicht dass da einer steht und generell hier diese zwei Treppen dieser Eingang zum Hotel ist generell okay ihr seht dort drüben ihr beherrscht sozusagen hier mit die Mitte und was könnt ihr gegen den Camper tun wenn ihr jetzt das nicht seid wenn das der Gegner ist der das die ganze Zeit macht und ihr bekommt ihn einfach nicht von der Mitte aus dann könnt ihr hier ganz gut kommen hier neben Wallrun kann man das so sagen den zeige ich euch kurz kann man ebenfalls hier gut raufjumpen und dann diesen Gegner hier holen aber was noch besser ist als raufjumpen hier auf diesen Stein ist hier diese ebenfalls dieses Treppengeländer zu verwenden da man da noch zusätzlich von dieser Mauer geschützt ist und das ist auch ein ziemlich nicer Spot ja auf der anderen Seite wird das nichts bringen da wir nicht durchschauen und überhaupt keinen Schutz haben weiter geht es hier zu diesem Stein hier oben und zwar ja ist nette Idee aber wirklich was bringen tut er uns nicht er ist einfach da und dieser Stein auch also sie sind da ich habe es euch gezeigt so auch wie der hintere Stein wenn man wenn einer im Spawn kämpft dann kann man den schön holen so wenn man dann hier geht und die meisten wissen auch nicht dass es das gibt das wundert mich da es schon Black Ops 3 länger gibt aber da kann man auf jeden Fall rauf und was man gegen diesen Stein da oben machen kann ist hier wenn einer da oben kämpft könnt ihr rüberschauen und ihn dann so holen ist eine Lösung falls einer da kämpft und ihr bekommt ihn wirklich nicht aber empfehlen ist das nicht dass man die ganze Zeit vom Match da bleibt obwohl man eigentlich schon einen großen Überblick hat hier ist die nächste Herrschaftsflagge ich weiß nicht C oder A ist ja nicht so wichtig auf jeden Fall was haben wir hier noch hier ist so ein Gang auch nichts besonderes hier dann geht es hier zu diesem Haus und hier zeige ich euch noch einen Spot ihr könnt da raufjumpen dann seht ihr in die Kirche und der Kirchentyp wird damit nie rechnen dass ihr ihn snipet hier eben nur ein Sniper Spot oder Ortungspot sozusagen was ihr ebenfalls machen könnt ist falls ihr wisst dass da ein Gegner kommt könnt ihr diesen Panzer perfekt verwenden wie auch ebenfalls den vorderen Panzer könnt ihr hier perfekt verwenden indem ihr hier raufsteigt und dann hier in diesen Häklig schnitzt ihr könnt auch hinter diesen Stein gehen falls ihr wisst dass die Gegner da kommen dann seid ihr hier auch perfekt geschützt und könnt da rauf schauen ihr könnt natürlich auch auf diesen Stein da rauf gehen und dann schauen ob da einer kommt ist auf jeden Fall nice und von der anderen Seite kann ich euch das Ganze zeigen könnt ihr da so stehen und seid ihr so geschützt also auf jeden Fall die Map wieder Häkliges ausnützen wie jedes Mal eigentlich ist wichtig hier auf diesen Maps hier ebenfalls ein anderer Panzer sozusagen ein anderes Panzerfahrzeug mit dem der Gegner rechnet und wirklich hier würde ich von dieser Spawnseite aus würde ich einfach nur empfehlen über den Hauptwallrun dann zum anderen Spawn zu gelangen weil der andere Spawn viel 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 mehr vielfältiger ist kann man das so sagen ja ich glaube das kann man so sagen denn auch die Gegner rechnen damit dass man im Fenster ist und wirklich da ist man wirklich nicht gut geschützt höchstens was ich euch empfehlen kann ist sich nicht direkt auf dieses Fenster zu stellen sondern hier hinten rauf so kleiner Fail und dann könnt ihr hier auch ducken könnt ihr diesen wegholen könnt ihr auch diesen da hinten wegholen die Leute die da kommen besser als einfach so offen im Fenster zu stehen und falls euch der einer hier auf den Pisser geht habe ich euch eh den Spot da drüben gezeigt und wirklich das sieht damit rechnet man nie dass da einer steht das achtet da achtet man überhaupt nicht und falls ihr den Camper nicht wegholen könnt von dort aus dann könnt ihr hier ebenfalls durch dieses Fensterjumpen von der Seite den holen und dann passt das Ganze und ich habe jetzt alles hier euch gezeigt was es auf dieser Map zu zeigen gibt ein Like würde mich freuen ist immer enorm viel Arbeit die ganzen Spots für euch herauszufinden ihr könnt auch hier rein ja natürlich für das müsst ihr ein Like da lassen auf jeden Fall wer sich dieses Video bisher reingezogen hat der hat entweder kein Leben oder hat kein Leben so sind die Menschen heutzutage mich würde echt eine Bewertung freuen und ein Kommentar von euch ob ihr weiterhin Waffenguides Mapguides sehen wollt und ich würde einfach sagen haut rein man sieht sich beim nächsten Video und Tschüssi Outro Bis zum nächsten Mal.